Hi, was haben eine Achterbahn, ein Space Shuttle und eine Gondel gemeinsam? Natürlich, in einem von ihnen steckt das Kerngeschäft von Vevo. Schrauben! Ja, richtig gehört, Schrauben! Okay, das war vielleicht ein bisschen zu dramatisch. Kurz zu uns, wir sind ein mittelständiges Unternehmen, was sich auf Befestigungsteile spezialisiert hat. Wir besitzen eine hauseigene Fertigung und versuchen uns immer mittels neuer Innovationen weiterzuentwickeln. Bei uns arbeiten Einkäufer, Vertriebler, Hunde... warte mal, Hunde? Jetzt mal Spaß beiseite. Wir machen dieses Video hier, um nach neuen Auszubildenden für unser Team zu suchen. Du interessierst dich für den großen Außenhandel und suchst nach einem Unternehmen, was zukunftsorientiert, mit guter Perspektive und vor allem familiär ist? Dann bist du hier genau richtig. Bei uns in der Ausbildung lernst du den ganzen Betrieb kennen. Bedeutet, du durchläufst einmal jede Abteilung während deiner Ausbildung. Die Ausbildung geht drei Jahre, aber wenn ihr gut in der Schule seid, könnt ihr diese auch auf zweieinhalb verkürzen. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr, Kostenübernahme für Prüfungsvorbereitungskurse und natürlich auch die Übernahmemöglichkeit nach abgeschlossener Ausbildung. Und was du mitbringen solltest, wäre Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und natürlich Motivation. Und wenn wir deine Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr über eine Bewerbung von dir freuen. Dann hoffentlich bis bald und einen schönen Tag noch. Bis bald. 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 Vielen Dank.